so okay wir müssen eh noch zu tante chicken genau so da müssen wir noch hin und die waffe einsammeln kommt alles zum gleichen raus und dann können wir da auch mal direkt die druckerei anschauen und schauen ob wir das verkaufen können die druckerei und was wir da tun müssen wir bestimmt auch interessant so war es wieder schön fortschritt richtig schön fortschritt so und dann sollte vielleicht auch mal nachschauen wenn ich schon mal dabei bin ob ich alle immobilien entdeckt habe oder ob da noch irgendwo eins ist ob irgendwo noch eins versteckt liegt werde auch mal nachschauen so jetzt erstmal hier tante chicken wir brauchen die waffe so sekunde am besten direkt hier hin da können wir direkt abhauen falls die die lille arschgeigen auftauchen so na von tante bulle kann bis jetzt auch nichts mehr so weg mit euch ok die druckerei die müsse ja irgendwo hier sein warte nicht irgendwo hier da vorne ok wie viel kostest du zeig mal so 70.000 uhr könnten wir uns leisten ok sekunde das können wir kaufen und da müssen wir andere missionen machen alles klar so dann einmal hier ausrauben schön ausrauben ich brauche geld ja genau jetzt haben wir 70.000 danke so danke für deine mitarbeit für deine spende so wieder schön den drucker weisen gespendet die bekommen das kommen ein zu hause so ja ganz ruhig na was soll die scheiße denn so na geht weg ich muss was kaufen so und tschüss so das immobilier ist unser schön ok mogul alles klar was auch immer das heißt ok mission so du hast hier wen alles klar okay was haben wir hier zu tun ok der singvogel ach nee müssen wir singen mr messetti hey you bought the old print works yeah my old man used to work on these i used to spend the evenings with him cleaning the rollers i was gonna follow him in his trade but i lived a different life you planning on selling the old machinery breaking it down i'm thinking we might print something a newspaper magazine oh crap sonny low-grade crap i've always fancied printing money it ain't too hard you know i've been doing it on a small scale for years really sure but we need some good quality plates of course there's a counterfeiting syndicate already operating in florida a syndicate yeah but just rumors is all i've heard i know a man who's good with rumors ok und wer hm ok an die gelddruckerei ok da bin ich dabei hm dann immer schön 100.000 drucken kauf mal ein taxi nehmen statt selbst auto zu fahren das kostet dich neun aber aber auf einmal taxi ok das ist ein luxus ein einziges mal da nehmen wir doch gerne mit das ist ja nett ok ich hoffe wir müssen dann dieselbe auto fahren wenn wir dort sind wäre es uns ziemlich blöd ach ok wir müssen hier hin ach ok wir müssen hier hin alles klar wir sollen hier hin so danke für geld sehr schön warum kann man doch hier erkennen hm ok das wird doch interessant ach der doch doch ja doch ja 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 ich ja ja dass ich da auch ja da das ist doch interessant halt ich brauche was schnelles bleib hier Sie fliegt über die benötigten Informationen. Hab ich auch mitbekommen. Danke spüren. Geh mal weg. Ok der Boss. Und der Boss ist da drüben. Bei unserem Hafen. Willst du mich verarschen? Was macht der da? Ok dieser Penner. Gleich ein Grund mehr um ihn ran zu nehmen. So. Mal wieder was getrunken. Ok. Also toll. Jetzt kommen auch noch Triaden. Gleich mal wieder aus der Stadt schmeissen. Die will ich ja nicht. Die. Die. Ok. Mal schauen was wir hier tun müssen. Bestimmt alle erschießen bis auf den Boss. So. Müssen wir das tun. Die. 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 Ok. Sind wir hier auf dem Boot. Auf diesem Schiff da. Na sieht so aus. Äh. Oder auch nicht. Oder doch. 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 Die sind da oben. Ok. Äh. Ich glaube das wird übel. Hm. Ok. Aber noch sehe ich ja keine Typen. Doch da oben. Und dann halt anders. Sobald er hier ankommt. Tschüss. Ok. Wir müssen die hier töten. Alles klar. Na Schnauze. Ich geh jetzt da hoch. Ich geh rein. hin. Man hat dich bemerkt. Ja. Wer hat mich hier bemerkt. Ich hab keine Ahnung wer hier ballert. So Schnauze. Hm. Ach du Scheiße. Huch. Ich geh irgendwo da oben. Hm. Hm. Na wot. Ah wo kommst du denn her. Ich geh gewoon. Shit. Das war keiner mehr neue. Hm. Ich hab keine Ahnung wo der ist. Keine Ahnung, wo der Penneu ist. Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Hm. Ah, ich bin zu Fuß. Okay, hier können wir hoch, alles klar. So. Immer schön nach oben, wenn ich die Treppe nicht verfehle. So, halt's Maul. Schluss jetzt hier mit Schießen. Ja, aber echt. Tja, hier ist niemand. Na, wir ballen hier noch. Okay, und so sehen die Triaden aus. Ist auch interessant. Okay, da oben. Hm. Wie machen wir das? Tja, hier ist niemand. Da oben. Da habe ich wen gesehen. Okay, was ist los? Ja, wir machen hier Alarm. Okay, hier Sackgasse. Schade. Na toll, wir müssen da hoch. Hm. Was soll nicht? Da sind da Alarm hier. Na, da komme ich nicht hin. So, schön Knie wegschießen. So, Kopf wegballern. Schön. Okay, wir haben drei Sterne. Oh-oh. Oh-oh. So. Jetzt muss ich auch noch hier rein. So. Ah, gerötet. Schön. Okay, wir haben alles. Du Penner. Natürlich spawnen die jetzt hier neu. Ist klar. Natürlich spawnen die jetzt neu. Ach du Scheiße. Geh, ein bisschen vorsichtig sein. Aber also vorsichtig können wir jetzt auch nicht sein. Shit. Ja, wette. Da unten ist noch einer. Nein, ich habe es noch geahnt. So habe ich dich erwischt. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich habe den erwischt. Shit, ich muss mich beeilen. Scheiss Helikopter. Na, als Maul. Als Maul. Verdammt. Shit. Ach, schön. Treffen. Nee, 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 nee. Okay. Hm. Ah, der ist irgendwie verpackt. Oh, jetzt aber schnell. Nein, nein, nein. Ich darf nicht mehr getroffen werden. Ach du Scheiße. Okay, da ist der auch Leben. Da ist Leben. Jetzt nichts mehr mit spawnen. Nichts mehr mit spawnen, Mann. Schnauze jetzt. Natürlich spawnt hier noch einer. Ist klar. Und die spawnt dann direkt. Natürlich spiel. Shit. Na, vier Sterne. Brauche erst mal das da. Brauche erst mal das da. Sicherheitshalber. Und jetzt aber schnell weg. Natürlich. Noch ein Platten geschossen. Klar. Warum nicht? Okay. P&Spray. Schnell. So, wir haben die Mission. Äh, die Information. Die Mission leider noch nicht. Wir müssen es noch zum P&P. P&Spray schaffen. Komm schon. P&Spray. Wir müssen es schaffen. Nicht das Auto zerstören. Ich brauche es noch. Halt das Maul. Mann, ja. Steigen. Lass mich auch steigen. Weg. Ja. Jetzt schön. Boom, boom. Dankeschön. Steig aus. Schnell. So viel Action. So viel Adrenalin. Jetzt bloß nicht sterben. Bloß nicht sterben. Schnell. Ja, was auch immer. Mit Familie und so. Okay. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ob im Radio oder so. Egal. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Das war eine schwere Mission. Das war jetzt nicht leicht. So. Ja, jetzt bloß nichts Falsches. Schnauze. Ich mache ja nichts. Ich hab nix gemacht. So geschafft. Schöne. Und 2000. Nice. Yay. So direkt Speichern. Fette Beute. Aber richtig fette Beute. So wir haben die Info. Okay doch mal schauen wo das liegt. Ich will Geld drucken. Der Kurier. Hm. Okay dann müssen wir ausschalten. Okay guter Plan. Und Vance ist auch dabei. Schön. Hm. Okay jetzt ist auf jeden Fall last. Das ist ja nett. Macht jetzt hier noch mehr. Schön. Jetzt mit den Druckplatten kommt jeden Moment in einem Helikopter an die Docks an. Schon wieder die Docks. Okay was ist denn hier? Hä? Was ist denn hier was? Okay was soll denn hier das Gelbe da? Warte. Okay da muss ich hin. Aber was ist denn hier das andere? Äh. Was ist denn hier das Rosane? Was ist denn hier das Rosane? Nein. Oder was ist da? Jetzt bin ich neugierig. Was ist da? Da wird nix erklärt. Was ist denn da? Ist hier ein Helikopter? Oder was ist hier? Was soll denn hier sein? Äh. Was im Teufel? Was im Teufel ist denn hier los? Was im Teufel? Was im Teufel? What? Was im Teufel ist denn hier los? Wo bin ich hier reingeraten? Da. Wo bin ich hier reingeraten? Ja wo bin ich hier reingeraten? Was ist denn hier los? Arzt Maul. Keine Zeit für dich. Keine Zeit für dich. Keine Zeit für dich. Halt's Maul. Keine Zeit für Spaß für der. Boah. Was im Teufel ist denn hier los? Ah. Warte. Ja Sniper. Vergiss es. Ich hab keine Ahnung was hier ist. Okay. Warte. Was soll ich mit dem tun? Was soll ich ja tun? Was soll ich ja tun? Ich hab keinen Plan. Was ist das hier für ein Auto? Was bist du für ein Auto? Okay. Keine Ahnung. Oder bin ich ja direkt richtig? Bei den Docks? Ja mein Auto ist leider rieb. Ich hab kein Auto, Mann. Ich hab kein Auto. Toll. Das kommt jetzt echt unerwartet. Hm. Ich hab kein Auto. Ich hab kein Auto. Auch wenn der langweil. Langsam ist und langweilig. Aber ich brauch hier was. Ich hab kein Auto. Ich hab kein Auto. Ich hab kein Auto. Wenn die Penner einen überfahren. Ha, 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 ha. He, 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 he. Ja, daraus wurde nix. Ja, shit. Ja, und jetzt kommen keine Autos. Ist klar. Gerade jetzt, wo ich das am dringendsten brauche. Keine Autos. Keine Autos, die ich klauen kann. Nö, 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 nö. Da ist ein Auto. Auto. Komm ran, verdammt. Steig aus. Schnell. So. Ha, da, da, da. Okay, die Mission ist noch da. Die Mission ist noch da. Ah, warte. Man muss doch da hin. Hört auf zu blockieren. Mann, du Penner. Ja, schieb mich da hin. Ich muss da. Da hindurch. Dankeschön. Okay, haben ihre eigenen Reifen geschrottet. Ja, danke fürs Schieben. Das ist aber nett. Danke. Sehr freundlich. Vielen Dank. Okay, das war jetzt aber echt nett. So. Hab mich da schön reingeschoben. Okay, jetzt aber schnell. Bevor die Mission gescheitert ist. Shit. Hat viel zu lange gedauert. Gut. Viel zu lange. So. Ja, wo bist du? Du Stück Dreck. Boah, bist du hingeflüchtet? Hä? Nein! Oh, das können wir auch kaufen. Das Taxi-Unternehmen. Für 40.000. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Ist das nicht dann das letzte? Oder nicht? Das Filmstudio noch. Stimmt. Zwei Immobilien noch. Ach, verdammter Mist. Okay. Ja, jetzt wissen wir, was uns erwartet. Äh, Sekunde mal. Ja, was ist denn los? Tommy. Sonny. Obviamente, du erfährst von hier und Problemen. Also, ich versuche es wieder. Wo ist das verdammte Geld? Wo ist das verdammte Geld? Und wo ist das verdammte Geld? Und wo ist meine Kut? Oder deine neue Aktion? Du machst einen Idiot aus mir, Tommy. Und ich bin noch nicht lachen. Ja, okay. Oh, das ist interessant, Sammy. Erzähl mir mehr. Hm. Okay, wollt ihr ja nicht, dass wir hier irgendwas aufbauen? Was ist denn hier so ein Problem? Ja, was wollt ihr? Das ist unser Gebiet hier. Maul halten, das ist unser Gebiet. Schnauze. Ja, flieh. Flieh, du Stück Dreck. So. Das ist unser Revier. Und tschüss. So. Na Gott, ich glaube gerade all unser Geld in Immobilien investiert. So. Aber dafür gehört die Stadt an uns. Immer mehr. Also eigentlich genau das, was Sonny will. Okay. Aber man kann es ihm auch nie recht machen. Das ist ja ganz toll. So, noch einmal. Na schön, bin ich da irgendwie direkt richtig gewesen. Hab mich auch komplett verwirrt. So. Aber so richtig. Aber diesmal machen wir's. Diesmal machen wir sie platt, diese Mädchen Gang. So. Okay, okay, okay. Okay. In einem Helikopter. Na schön, nachher müssen wir wieder Munition kaufen. Wir brauchen Sniper-Munition. Du, 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 du. So. Okay, und eigentlich hätten wir's nach dieser Mission auch schon. Die nächste Immobilie. Außer es kommt da noch was. Vielleicht Farbstoff oder so. Irgendwas. Ja, aus dem Weg. Na, Schnauze. So. Na, versuch's nur. Ja, klar, von so weit, ist klar. Na, wat? Klar, von so weit weg. Natürlich, Spiel. Ja, cool. Okay, das machen wir anders. Gut. Sniper-Action. Ich seh schon. Ja, lass mich ins Menü. Äh. Da. Okay, ja wow. Von so weit weg mit einer Schrottflinte. Zwei Schüsse. Alles klar. Wissen wir die ganze Schutzweste weg oder nicht? Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr. Stimmt, ich hab gar nicht auf mein Leben und so geachtet. Okay, alles klar. Hm. Ja, ich hasse Frauen jetzt auch. So. Die da haben es mir versaut. Hm. Okay, wir machen Sniper-Action. Sniper-Action. Hätte ich vorher einkaufen sollen. Na egal, sollte ausreichen. Für die. Und ich brauche jetzt. Ich brauche jetzt. Gib her. So. Na geh weg. So viele Schüsse sollte ausreichen. Muss nur perfekt schiessen. Wie ein Shooter-Gott. Na ist kein Problem. So. Na was soll die Scheisse denn? Na du auch. Okay, ich hab mir einen Plan überlegt. Wie wir das tun. Nein. So. So. Da hab ich mir was überlegt. Hm. Denn wir brauchen da noch Deckung. Na, Sekunde mal. So. Wir brauchen auch noch Deckung. So. Wie ein Gott. Wie ein Gott. Wie ein Gott. Wie ein Shooter-Gott. So. Richtiger Shooter-Gott. Und. Okay. Der andere kommt jetzt. Hm. Er ist fast da. Na. Na los. Steig aus. Gut. Na. Vergiss es. So. Schnauze. Schön einsamen und dann. Tschüss. Tschüss. Ich geh nach Hause. Tschüss. Tschüss. Oh. Kein Problem. Jetzt aber schnell weg. So. Na. Als Maul. So. Na. Geh. Geh doch. Mit etwas Taktik. Geh. Dann klappt das. So. Du. 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 Schöner können wir nachher Geld drucken. Mann. Was soll das. Schönen Geld drucken. Wir können dann bestimmt nur 5.000. Ich seh schon kommen. Gibt dann bestimmt nur 5.000 Einkünfte. Muss auch genervt werden. Wäre sonst viel zu OP. So viel Geld zu drucken. Wir gehen direkt dahin. Scheiß drauf. Wir gehen direkt dahin. Oder andererseits. Sollen wir. Okay. Es geht. Schön. Druckerei erworben. Scheiß auf die Cops. Okay. 8.000. Okay. 3.000 mehr als ich geschätzt habe. Alles klar. Geil. Wir haben das nächste freigeschaltet. Schön. Es läuft. Aber für die letzten zwei brauchen wir Geld. Alles klar. Ja. Das heisst. Ich muss hier Feuerwehr farmen. Feuerwehrmissionen. Hm. Okay. Wir haben 40.000. Und das Studio. Keine Ahnung. Wir brauchen eh noch Geld. Äh. Für Waffen. Tiefm. zur succeed Gilern. Ich war straنا verrät.